20 Uhr 3, MDR 1, Radio Sachsen-Anhalt, A9, Nürnberg Richtung Berlin. Zwischen Kleinmarzenz und Niemek Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Wenn Sie Informationen zu Staus oder Blitzern haben, die wir noch nicht haben, dann rufen Sie uns an unter 0800 94 6 94 6 und die 1. Und jetzt das Wetter mit Sabine Küster. Einen schönen guten Abend. In der kommenden Nacht lockert die Wolkendecke auf und die Tiefstwerte erreichen 6 bis 1 Grad. Morgen ist es dann heiter bis wolkig und trocken bei 11 bis 15 Grad. Und das ist schon ein frühlingshafter Vorgeschmack auf den Freitag. Da haben wir dann einen richtigen Frühlingstag mit viel Sonne und 15 bis 20 Grad. Und so geht es erstmal auch ins Wochenende. Am Sonntag allerdings kann es im Norden Wolken und Vereinzelt auch mal einen Schauer geben. MDR 1, Radio Sachsen-Anhalt, Flirteinander. Das Programm zum Glücklichwerden mit Sabine Küster. Hallo, ich grüße Sie. Machen wir uns wie immer gemeinsam einen richtig schönen Mittwochabend. Gerade noch geträumt und am einmal dieser Tag. Grelles Licht im Bad, das wirklich keinen mag. kinder